Nein, sorry! Was? Das war keine Ansicht, das habt ihr gesehen, oder? Hallo! Hi! Hallo! Achso, hallo! Hi Leute, ich hab keine Lust mehr zu warten. Können Sie bitte hier losgehen? Warum kriegt man die hier Karma? Wir sind noch gar nicht in den richtigen Runden, oder? Oh, ich hab's nicht bekommen! Ja, gibst du's mir! Oh mein Gott! Was? Was? Er gibt's mir! Ok! Er gibt's mir einfach! Was machst du hier oben? Wieso hab ich eigentlich drei Herzen? Ich warte hier! Ist was passiert? Hä, du bist runtergefallen! Achso, ok, ich dachte. Ich weiß es gerade nicht! Auf der Ecke raus! Ok... Das ist blau! Du weckst jetzt mal, du musst immer irgendwas machen hier anstatt immer noch irgendwo rum zu campen, du Arsch, oh Gott. Oh, oh, okay, okay. Hallo? Gewalt ist wie immer noch keine Lösung. Merkt euch das, Leute. Ja? Kannst du so oft sagen, wie du willst? Hey, die hauen uns raus. Oh, Leute. Oh, das ist ja klar. Das ist ja richtig klar. Eigentlich wollte ich nicht schleier sein. Ja, nein, bestimmt nicht. Hä, hier ist jemand tot. Wo? Kann man hier eigentlich hoch? Wer? Hä, wer? Da warst du mit ihm alleine drin. Nein, ich hab schon. Auf meinem Backaufgumbe. Weimer! Okay, wer war da? Wo ist Weimer? Hä? Hast du Angst? Hast du Angst? Guck mal, die Chains alle da so zusammen, deswegen... Ja, wir sind halt ganz lieb und nett und sind Freunde. So wie ihr. Ihr wollt euch nur Böses. Ihr wollt Gewalt und das ist alles nicht gut, Leute. Ja, ich suche Weimer. Den würde ich dem beiden in den Arsch geben, ey. Okay. Hey. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Habt ihr? Hä? Wollen wir mal, wo kamen wir jetzt wieder? Ey! Ah, da oben! Ne, oh Gott. Ihr schlagt euch doch noch. Wir schlagen uns ja nur. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ihr haut euch nur gegenseitig. Oh Gott! Ähm... Ja genau hast du... Was war das? Grüß dich! Der hat sich gerade irgendwas teleportiert. Oder? War er? War er? War er? War er? War er Traitor? War er Traitor? Ja. Ja, geh weg. Nice. Okay, Jessie ist dann Proven. Ich hab noch... Ich trau euch nicht. Haben wir noch nen Detektiv? Haben wir nen Detektiv? Wer ist Detektiv? Ne, dann hab ich getötet. Warte mal. Okay. Warum... Okay? Du bist Traitor? Nein. Nein! Nein! Bestimmt nicht! Wie machen wir das dann? Wie regeln wir uns das denn? Weiß nicht. Lebt noch ein Kollege von mir? Wir müssen ihn kriegen. Hä? Ich trau dir nicht! Ich trau dir nicht! Ich trau dir nicht! Ich trau dir nicht! Ich hab dich schon seit 10 Stunden getötet. Ich vercape mich ja hier nur die ganze Zeit. Ich warte bis die 10 Minuten vorbei sind. Ja, okay. Hä? Dann haben aber wir gewonnen. Der Fug. Ja. Achso, du bist auch Traitor, ja. Nicht dumm. Oder? Ne, warte ich weiß nicht. Ja, ich hab grad nen Traitor getötet, aber okay. Achso, ja, natürlich. Ja, genau! Oh, das war ja! Ja, genau! Ja, genau! Das war das Mindplay hier. Ey, ey, ey! Ich wusste ja, dass er Traitor ist. Vor allem die Reaktion von uns. Der ist so tot. Höh? Aua! Ja, sonst von Jessie ist gut. Ja, die schlagen sich dann ein bisschen. Hey, ihr habt euch ja auch erst nur geschlagen. Ja, dann hab ich ihm einen Hit gegeben. Und dann war er tot. Und dann hat Sergen... Ja, ich hab noch zwei Herzen. Aber dann war Jessie verbrechen. Ja, Alex, wie bist du gestorben? Äh... Ich hab gegen... Ich hab gegen... Nee, Obelix war... Nee, stimmt, oder? Und dann hat... Wo hast du geportet, oder? Er, Obelix hat geswabt und dann war auf einmal... Nein, ich war das nicht. Also Obelix war auch Traitor, oder? Ja, aber ich hab nicht geswabt. Ach, fick dich! Ey, dann muss immer... Hallo, Leute! Nicht beleidigen! Ich wollte aber dein Schwert haben, der hat geklaut, Mann! So, jetzt läuft ja alles nach meinen Dingen. Blaue Farbe. Blaue Farbe. Ja, okay. Okay. Will hier jemand irgendwas... Aber ich hab meinen, ähm... Detektiv. Ähm, ja? Find ich gut, der war denn nicht hin. Stimmt, dass du ne meines Kind wieder. Stimmt! Hau ab! Boah, ich hab echt Durst. Wo ist denn der Detective? Was? 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 Ja, ja, ja. Nein! Aha! Ich bin nicht schwul! Maul, war du ekelhaft, Mann! Mann! Warte. Okay. Warte, was? Du, was? Du alte Hände! Ich wollte, dass du auf mich... Du ekelhaft! Halt mal, der Maul hört genau, was du gemeint hast! Ey! Gut gepasst, Sori! Du magst, du runterzuschlagen, wa? Oh, mein Gott! So, du überlegst... Du ekelhaft, Mann! Ey! Ich bin der König! Du bist ein König! Du bist ein König! Scheiße! Time, was passiert! Also ich... Jetzt ist nur die Frage... Ja? Ist... 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 Wollen wir mal Traitor? Das ist... Schon wieder! Ich hab heute nicht beim Detektiv hochzacken! Nur weil er sich bei... Weil ich... Weil er was zum Trinken holen wollte. Ja, beim Detektiv! Ja, beim Detektiv! Ja, beim Detektiv! Also ich geh jetzt erstmal... Jetzt sollst du dich beschützen, wenn... Dann hol ich mir ja dort nach drinnen was zum Trinken... Oh, der Arme! Jetzt ist er traurig! Ja... Weißt du nicht... Ich geh jetzt hier in mein Haus! Das ist immer ein schönes Haus! Danke! Mit TNT! Das lass ich jetzt hochgehen! Geil! Geil! Ich schenk dir Pfeile! Witzeschön! Ich geh in das Haus! Es ist groß! Ich nehm meine Pfeile! Ich hab das größte Hals! Ja, ich schick dir Pfeile! Särgen willst du auch Pfeile? Ich? Ja! Wer heißt denn noch Särgen? Cool! Was soll das hier echt darstellen? Särgen ich, ich, ich! Ey! Was soll das hier darstellen? Wir heißen alle Olaf! Oh! Okay, Olaf! Ich bin Olaf! Ich bin Olaf! Und wer bist du? Olaf! Hey! Hey! Das sind meine Pfeile! Ja? Wir brauchen jetzt deine Fantasie! Was soll das hier darstellen? Hier, hier! Ein Penis! Eine Tanzfläche! Ein Schachbrett! Das Dancen... Was macht Beorax dahinten hinter der Kiste AFK? Schreibt der irgendwas? Also wenn ich jetzt keiner wenigstens von euch, einer von allen YouTubern hier, nicht irgend wieder so, ultra die Partymucke einbaut, würde ich sowas machen! Okay, mach ich! Okay! Wahrscheinlich bin ich zu faul! 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 Party hot! Party hot! Ich bin heut am Stock! Party hot! Party hot! Ich bin im Go-Kot! Denn ich tänse mit der Gänse! Wahrscheinlich bin ich zu faul! Einfach einer oder auch kein Buch? Was ist schneiden? Kann es sein? Was ist schneiden? Eine Ahnung! Ich dachte, jetzt bitte los, was muss man nicht schneiden? Du Pisser! Spaß! 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 Wenn es nicht mehr gehört hat, Spaß! Nein! Hab mal nicht so einen Ping jetzt! Ah! Wollen wir das? Ne, wollen wir das? Ne, 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 ne! Aua! Ne, wollen wir nicht! Ne, wollen wir nicht! Ich dachte gerade, was macht hier eine Kuh? Aber du tötest... Ja! Alex tötet ja alle! Er ist halt ein Safe Traitor! Er ist halt ein Safe Traitor! Nein! Hallo! Oha! Er tötet mich! Ich bin fast tot! Ich bin aber auch nur noch drei Herzen! Ich auch! Ich auch! Oh mein Gott! Lass mal Alex einfach aus dem Prinzip töten! Nein! Ich hab nichts getan! Den hab ich abgeschossen! Ich hab einen Turm beschütten! Ja! Ja! Okay! Das ist mein Turm! Wenn wir dich töten, beschützen wir unser Leben! Was ist wichtiger? Aaaaaah! 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 Was war das denn? Hallo! Alex! Was war das? Wolltest du gerade etwa Jessie töten? Ich wollte einen Pfeil auf sie schießen! Das war ich nicht! Aua! Das war's nicht! Alex! Wo sind die Traitor so langweil immer? Wahrscheinlich ist Chris... Wahrscheinlich ist Chris... Wahrscheinlich ist Chris... ... und so... Danke! Das ist längst! Hey! Chris! Oh! Jessie! 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 Achso! Achso! Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Keine Ahnung wo ist sie? No Cheat! Wie kommt ihr da nicht hoch? Nein! Blauer! Bitte! Aua! Hä? Alter wieso? Er tötet wirklich alle! Das war nicht meine Absicht! Ich wollte dich nicht töten! Ich wollte dich töten! Ich hatte Angst! Ich trauer um dich! Geweck sie eigentlich! Guck mal! Ich bin Proof! Wenn ich in Innocent gekillt habe! Sie! Aber ich wusste das... Ich wusste das... Ich wusste das... Vielleicht macht sie auch so ein krasses Mind Game... Game... So ein richtig krasses Mind Game... Und ihr Trait wurde einfach nur gekillt und sie tötet den Innocent! Boah geil! Das wäre auch ne Möglichkeit! Also ich weiß nicht! Hey! Denkst du echt ich bin so schlau? Ja! Hast du meine... meine... meine Streams gesehen? Ja! Okay nein! Sie ist... Okay sie ist innocent! Hast du dich schon mal so getroffen? In real life? Hallo? Hast du nicht noch jemand tot? Wir sind doch 8 oder? Lebt Bäume noch? Ja! Ah! Sergen! 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 Okay Sergen ist tot! Wer war noch mal Detective? Viorax! Du sag wärmer, wärmer, kälter, kälter! Aua! Aua! Die töten nicht! Spaces! Hey! Witzig! Oh mein... Spaces! Hä? 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 Cheقي? Hä? 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 Hä?? Ahnego! Sind wir acht oder neun Leute? Acht? Ach, steht auch rechts dann im Scoreboard. Ja, ich meine, als die Runde gestartet hat. Achso. Oh, ich... Ich... Ich wollte grad sehr runterhauen, einfach so, weil ich dachte, oh, hauen! Das ist ja auch cool, mein Weltmeister. Das stimmt, ey, ja! Hi! Hi! Na? Hi, bye! Na, da steht man nicht gefährlich. Na? Na? Du hast so schöne Augen. Der Base schaut mich schon so an, so als würde er... Bist du dir sicher? Ja, ich bin mir sicher. Eisenschwert? Schaut hier nur ganz tief in die Augen. Eisenschwert. Jetzt so schöne, weiße... ...Augen. Du hast schwarze Augen. Schauer. Ich hab fraune Augen, lol! Kannst du dich entscheiden, Diorack? Warte! Alter! Kann ich gar nicht sehen, wenn man die Sonnenbrille auf... Ja, warte! Und... Ah, schwarz! Okay! Hallo! Scheiß, die ratzend schon wieder aus! Was? Es ist normal, aber ihr kriegt mal hier... Nein, sorry! Ähm... Das... Das war kein... Kein Ernst. Das habt ihr gesehen, oder? Ja! Ich glaube, Jessie wurde getötet. Haben Jessie tot? Das war kein Ernst. Das war kein Ernst. Ey... Äh... Ihr seid so... Was? Was? Ihr seid so... Witzig! Ach ne, nicht schon wieder. Doch, schon wieder? Warte mal. Achso, ne, warte, 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 warte. Ich will gar nicht sein... Ah! Ah! Oh mein Gott, warte mal! Junge, halt, pack mal den Swap weg! Ah! Ja! Ja! Jetzt wirst du mich verarschen!